Storch ist Polensportler des Jahres. Ehrung nach dem großen Erfolg, erst schaffte Kamil Storch bei der Vierschanzentournee Historisches. Gleich danach folgte die Auszeichnung als Polensportler des Jahres in der Einzelwertung und im Team. Vierschanzentourneesieger Kamil Storch ist zu Polensportler des Jahres gewählt worden. Der 30 Jahre alte Skispringer setzte sich bei der Wahl gegen Fußballprofil Robert Lewandowski vom FC Bayern München durch. Durch seinen Erfolg am Samstag in Bischofshofen hatte Storch als erster Springer neben Sven Hannerwald alle vier Springen der diesjährigen Tournee gewonnen. Bei der Gala zur Preisverleihung wurde der Olympiasieger per Video aus Bischofshofen zugeschaltet. Neben der Einzellehrung erhielt Storch noch eine zweite Auszeichnung, gemeinsam mit Piotr Züller. David Kubacki und Maciej Kut war er auch noch Teil der Mannschaft, die zum Team des Jahres gewählt wurde. Das Quartett gewann bei der WM in Lachtigold.